Ich bin heute hier in Bad Abach, weil der Vespa-Club Regensburg sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Hier ist der Jupp mit mir. Der ist mitverantwortlich für alles, was hier passiert, was hier aufgebaut wurde. Jupp, wie geht es dir? Wie findest du, ist alles gelaufen? Wie viele Leute sind hier? Erzähl mal ein bisschen was. Also ich wünschte, ich wäre in der Corona-Zeit so viele Roller gefahren, wie ich heute schon zu Fuß unterwegs war. Nee, läuft gut. Wir haben etwas Angst mit dem Wetter. Aber es ist ja alles noch stabil. Wir belügen uns immer selber. Ein bisschen Regen ist besser als 35 Grad. Ja, viel los hier. Ganz schön viele Roller, ganz schön viele Leute. Was schätzt du? Also ich denke mal, wir können es jetzt schwer abschätzen, weil wir den Außenbereich bisher noch nicht hatten. Ich denke mal, dass wir jetzt aktuell vor dem Chor so an die 400, 450 dürften wir jetzt schon da sein. Hätte ich auch. Im Innenbereich stehen auch noch einige. Ja, ja. Und ich denke, vor dem Chor werden wir heuer die 600 knacken. Also unsere Nels und Jungs sind schon kräftig am Bekleben. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist viel los. Alle sind gut drauf. Alle haben Bock. Endlich mal wieder nicht mehr Corona-mäßig, Masken-mäßig und so weiter. Wir können uns alle sehen. Wir können endlich mal wieder connecten. Alle Vespa-Freunde hier zusammen. Ja, ist toll, was ihr hier aufgebaut habt. Und mal gucken, was der Tag noch bringt. Genau. Wir haben vorhin an der Ausfahr teilgenommen. Die war sehr sportlich schnell. Wir haben eine schnelle Tour genommen. Es war eine sehr schöne Strecke, schön die kleine Straße hier durch das Labertal. Hast du viel Spaß gemacht? Ja, ja. Ja, das ist schön. Ich bin so froh, dass ihr meine Arbeit macht. Bist du gerade angekommen? Ja. Hast du dir schon einen Überblick verschaffen können? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht? Ja, war recht spektakulär. Wir haben ein kleines bisschen schrauben müssen, aber hat alles ganz gut geklappt. Ja, schön. Jetzt bist du ja da. Jetzt kannst du hier genießen. Genau, jetzt genießen wir das. Es gibt alles, was das jetzt begehrt. Burger, Pizza. Sieht gut aus. Spritz habe ich auch schon entdeckt. Da können wir uns gleich mal hin. Super. Einmal frei. Ich muss dir vorstellen, was der eigentlich macht bei uns normalerweise. Das ist der Bernd. Wir machen heute quasi den Job vom Bernd. Richtig, genau. Ich habe heute Urlaub und genieße die ganzen Sachen. Ja, richtig schön. Richtig viele Leute da. Richtig viele Vespas, wenn man sich hier mal umschaut. Es ist echt viel zu entdecken. An jeder Ecke gibt es was Feines zu essen. Es gibt Spritze, es gibt Pizza. Es ist eigentlich alles da, was das Herz begehrt. Wir haben Bier, geiles Essen. Was will man mehr? Schon, oder? Geile Leute. Schau es mal an. Alle gut drauf. Alle gut drauf. Alle gut drauf. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017